Herzlich Willkommen bei den Videocutters der D.O. La Mancha. Mein Name ist Peer Holm und heute verkosten wir den Anjuranza Sauvignon Blanc. Ein frischer, junger Weißwein aus der sehr beliebten Rebsorte Sauvignon Blanc. Eine Rebsorte, die von Haus aus recht aromatisch ist. Wenn ich hier hinein rieche, habe ich sofort typische Aromen von Ananas, leicht exotischer Frucht, aber auch Gelbfrucht, Birne kommt hinzu. Am Gaumen eine angenehme, frische Säure. Diese exotische Frucht ist wieder präsent. Ein harmonischer Wein, unkompliziert, gut zu trinken. Ein, meines Erachtens, sehr ordentlicher, sehr guter Sommerwein, den man ganz in Ruhe genießen kann. Musik 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 Musik